Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box in der Limited Edition mit Jolie. Das ist einmal die. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossy Box bringt immer mal wieder Limited Editions raus. Normalerweise ist es so eine monatlich kommende Beauty Box mit ungefähr 5, also mindestens 5 Beauty Produkten ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Ja, hier haben wir jetzt aber die Jolie. Das kennen wir ja als Zeitschrift tatsächlich. Und die kostet für Nicht-Abonnenten 45 Euro. Für Abonnenten kostet sie 35 Euro. Wenn du aber meinen Code claudialimited verwendest, bekommst du als Nicht-Abonnent die Box für 40 Euro, was ich ziemlich cool finde. Jo, denn wir haben ja auch immer einen dicken, fetten Warnwert drin. Also das ist immer richtig, richtig krass, gerade bei den Limited Editions. Haut Glossy Box nochmal einen raus. Und die habe ich jetzt einmal zugeschickt bekommen von der Glossy Box, denn die ist jetzt verfügbar, wenn ihr das Video seht. Also schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch einen Link reingesetzt, worüber ihr die sofort bestellen könntet, wenn ihr möchtet. Aber guckt euch bitte gerne mit mir zuerst das Unboxing an. Ich habe auch keine Ahnung, was hier drin ist. Die sieht wunderschön von außen aus. Es hat viel so mit Urban zu tun, also mit diesem städtischen Style, wenn ich das so sehe. Das ist sehr artistisch gestaltet, sehr modern, sehr cool irgendwie. Und ich glaube, dass die Glossy Box daraus gelernt hat, dass die letzten Limited Edition Boxen nicht so gut lieferbar waren. Denn die haben jetzt umgestellt, dass du hier so ein Schuber hast. Also du hast quasi hier außen drumherum das Limited Edition Design, was man so entfernen kann. Und dann hat man hier quasi noch die normale, reguläre Box. Finde ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht schlimm. Natürlich ist es cool, wenn du halt so ein ganz special Design, diese ganz speziellen Boxen hast, wie zum Beispiel die Monatsbox vom Oktober. Zieht euch die gerne mal rein, die ist richtig cool. Genau, aber so bekommt man die dann halt auch einfach in der ganzen Papierkrisengeschichte nach Hause geliefert, was ich sehr cool finde. So, ich habe jetzt einfach mal den Deckel entfernt. Und dann schauen wir mal hinein. Ja, schwer ist die definitiv und es gluckert. Also da sind irgendwelche großen Produkte oft drin enthalten. So schaut das Ganze dann einmal aus. Hier habe ich einmal das Heftchen, beziehungsweise den Flyer davon. Jolie Limited Edition. Hey Glossy, ein absolut cooles Beauty-Highlight wartet mit dieser besonderen Box auf dich. Nicht nur das stylische Special Design unserer Glossy Box X Jolie Edition spiegelt das Look and Feel des beliebten Magazins wieder. Auch die Trendy-Produkte im Innern der Box sind absolute Must-Haves im Badezimmer. Alle Infos rund um deine neuen Produkte findest du wie gewohnt in unserer digitalen Produktkarte. Scanne dazu einfach den QR-Code mit deinem Smartphone. Und der ist hier drauf. Und das werde ich machen, wenn ich die Preise so raussuche. Ja, genau. Ich habe die Box zugeschickt bekommen. Deswegen würde ich sagen, mache ich auch eine Verlosung. Ein Beauty-Paket, was ich aber selber zusammenstellen werde. Alles, was du dafür tun musst, um das Beauty-Paket zu gewinnen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Natürlich würde ich mich grundsätzlich darüber freuen, wenn du dem Video so ein bisschen Interaktionen gibst. Einen kleinen Kommi schreibst, ein bisschen Daumen nach oben, ein bisschen Liebe dalassen und so. Aber ja, Abonnent sein ist halt auch eine Voraussetzung. Genauso einen Kommentar schreiben, sonst weiß ich ja gar nicht, dass du teilnehmen möchtest. Ja, so, also ich mache das Seidenpapier auf. Oh, der Klebe ließ sich wirklich einfach lösen. Oh, Leute, ich glaube, ich glaube, hier wird die Party abgehen. Doch, ich glaube, es wird eine gute Box werden. Ich bin mal gespannt. Also, Foreo Sweden. Erlebe die magische Kraft von Manuka Honig mit oder ohne UFO-Gerät anwendbar. Ich habe dieses UFO-Vieh in irgendeinem Adventskalender letztes Jahr drin gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das noch habe. Naja, hier hast du auf jeden Fall eine Maske. Die kannst du dir aber auch so drauf machen. Da musst du nicht nachher noch mit einem UFO über dein Gesicht fegen. Finde ich gut. Ich liebe Masken. Masken und ich, wir sind ganz große Freunde. Und Manuka Honig oder Honig im Allgemeinen ist auch sehr schön für die Haut, weil das so näherend ist und antiseptisch. Dass man hier alles auseinanderreißen läuft. Und hier haben wir auch die Maske drin. Das ist einfach eine revitalisierende Maske aus Neuseeland. Manuka Honig habe ich übrigens auch irgendwo in der Box letztens drin gehabt. So mit Thymian. Das mache ich gerne in Tee rein. Das ist ganz cool. Ne, ich finde es schön. Also, dass man hier jetzt diese Maske mit dabei hat. Diese Sheet Mask, ne. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeiten. Nährt die Haut, um sie glatt und weich zu halten. Beliebt die Haut für einen jünger aussehenden Ton. Genau, ideal auch bei reifer Haut. 33 Jahre, ne. Kleine Formulierung. Das finde ich echt gut. Und ich glaube, hier dürfte jetzt auch soweit nichts drin sein, was ich jetzt aktuell drei Wochen vor Babyschlupftag nicht verwenden dürfte. Gut, da ist ein Flyer mit dabei. Schön, aber ich werde mir das so einfach ins Bad packen, ne. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Einmal kurz überfliegen, ob da irgendwas drin ist. Aber das hört sich so gut an. Alantuin und Panthenol und Glycerin und dies, das Ananas. Ne, finde ich gut. Klar, Parfüm, aber damit komme ich ja vollkommen klar. Aber sonst so keine Säure oder sonst irgendwas. Ich habe hier mal so ein Video gedreht. Da habe ich euch auch mal ganz aktiv mitgenommen, auf welche fünf Inhaltsstoffe man so verzichten sollte in der Schwangerschaft. Das wurde mir dann auch jetzt in der ganzen Schwangerschaftszeit von Dalton und Beauty Mates und meinen Kooperationspartnern auch immer wieder bestätigt, dass das auch tatsächlich leider für die Stillzeit weitestgehend gilt. Muss ich halt aufpassen, ne. Weißt du Bescheid hier. Also immer schön weiter Inhaltsstoffe lesen bis ungefähr in einem Jahr. Dann kann ich wieder alles verwenden. Vermutlich. Okay, so. Als nächstes habe ich hier was drin. Es gibt Menschen, die sich darüber freuen. Freuen und es gibt Menschen, die sich nicht darüber freuen. Ich gehöre mittlerweile zu den Menschen ganz offensichtlich, die ihre Haare mittlerweile so ein bisschen anders machen. Ich mache, also ich habe eine ganz lange Zeit. Einfach nur in wie sie Bobbe reinbommeln, fertig ist die Laube. Mittlerweile, jetzt so in dem heißen Sommer, ne, bin ich jetzt so übergegangen, mir jetzt hier auch immer so ein Scrunchy reinzumachen. Und ganz fancy, jetzt habe ich auch noch einen Haarreifen um, wo ich den wohl her habe. Also man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ich möchte niemanden spoilern. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier Scrunchies drin. Und das sind drei Stück. Diese Animal Prints sind jetzt nicht so meins. Das sind schwarze. Das fände ich jetzt cool, ne. Ist von Six. Six mag ich auch gerne vom Schmuck her. Also ist Modeschmuck, ne. Das ist dann, ja, halt. Eine Saison kannst du da tragen, dann ist das nicht mehr so schön. Aber so, wenn ich so einen Stecker hier brauche oder so, ne, finde ich Six Schmuck immer ganz angenehm, weil es halt nicht so teuer ist. Aber ich glaube, dass diese Scrunchies weiter wandern. Auch wenn ich diesen schwarzen cool finde. Aber die Animal Prints, das ist nicht meine Welt, ne. Also ich bin kein Animal Print Fan. Deswegen, das wird weiter wandern. Aber den schwarzen, mops ich mit denen? Muss ich nochmal gucken. Ja, gut. Finde ich aber, wie gesagt, eigentlich in Ordnung. Dann haben wir hier ein Lippenprodukt von NYX mit drin enthalten. Shine Loud Ambition Statement. Ja, Gloss. Was geht? Mein Freund. Mein Freund schickt mir Sachen. Ich drehe aber erst das Video zu Ende. Okay. Also, das ist SLHP03. Ich weiß nicht, ob jeder die gleiche Farbe mit drin hat, ne. Das ist so ein Nude-farbener Ton, der so ein bisschen auch in die Wärme Richtung geht, ne. Ich mag nicht so gerne Liquid Lipstick. Das ist aber nicht schlimm. Da hast du einmal nämlich hier diesen Liquid Lipstick und hier dann sowas zum Versiegeln. Und ich weiß, dass Maxim die richtig cool fand. Ich stehe da jetzt nicht so ultimativ drauf. Dann habe ich hier was von, ähm... Nein, ich nehme jetzt erst mal das hier kommt. Ihr dürft das Highlight schon direkt sehen. Michalski Berlin Eau de Parfum for Women. 25 Milliliter sind hier drin. Und das finde ich total super, dass wir ein Parfüm hier drin enthalten haben. In den Männerboxen kommt uns sehr, sehr häufig so ein Parfum über die Füße, ne. Und dann denkt man sich, ach Mensch, ne, so in den Frauenboxen können sie doch auch mal wieder raushauen. Machen die jetzt auch mittlerweile wieder, was ich sehr cool finde. Und da muss ich mir die Duftnoten einmal durchlesen. Und da muss ich gucken, ob ich das mag, weil ich werde das jetzt nicht einfach so sprühen. Dafür habe ich halt einfach durch die ganzen Adventskalender zu viel hier, ne. Und ich bin aktuell etwas schwierig, was Düfte angeht. Da bin ich tatsächlich wirklich sehr schwierig. Dementsprechend muss ich erst mal schauen. Aber ich finde es klasse, dass wir hier ein Parfum drin haben. Und ich meine, dass das auch eine Sneak Peek war. Das hat eine wunderschöne Verpackung. Ich kann es euch, oder habe es euch wahrscheinlich schon eingeblendet, ne. Richtig, richtig, richtig stylish. Das ist cool. Ich habe auch schon mal dieses Michalski Berlin von White Swan Beauty in ein Tauschpaket bekommen. Und das Summer war das, ne, genau. Und das 2019, 2018, weiß ich nicht, relativ früh zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Und das habe ich komplett leer gemacht, weil ich das so geliebt habe. Da muss ich mal gucken, wie das so vom Duft her ist, von den Noten her. Und dann schauen wir mal. Hier habe ich dann was von Paula's Choice drin. Das hatte ich letztens erst in einem anderen Adventskalender in der größeren Größe. 118ml. Exfoliate Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant mit Salicylsäure. Hier sind 30ml drin. Und ich weiß nicht, ob aktuell Claudies Welt 15, also bei Purish, ne, auch auf Paula's Choice gilt. Aber ihr bekommt Paula's Choice auch bei Purish zu kaufen. Also schaut gerne mal vorbei. Da gilt mein Code immer auf bestimmte Marken. Und da muss ich mal nachgucken. Aber manchmal ist Paula's Choice nämlich dabei. Das ist immer ganz praktisch für euch. Das weiß ich wohl. Ja, mein Freund ist gerade sehr aktiv. Merkt ihr das? Hm, liegt unten auf der Couch. Ja gut, wir haben es auch. 8 Uhr abends. Läuft bei uns. Und dann surft er immer. Und dann findet er immer irgendwelche Babysachen. Und dann schickt er mir das. Und das ist so schön. Oh mein Gott, Leute. Ja, es ist wirklich schön. Es ist eine tolle Zeit. Okay, auf jeden Fall haben wir das hier mit drin. Das, ja, du fängst halt immer vorsichtig an, sowas zu verwenden, ne. Das lässt du halt nicht von Tag 1 direkt auf der Haut. Und du verwendest auch nicht von Tag 1 das jeden Tag. BHA, seine Zylsäure, ist ja wirklich dafür da, um die Haut zu reinigen, um die Poren zu reinigen. Um diese Hornschicht, die sich auf den, ja, verstopften Poren befindet, so ein bisschen aufzulösen. Und da halt einfach so eine Klärung zu machen. Und Poren haben immer eine entsprechende Größe. Die wirst du nie wirklich kleiner bekommen. Wenn, dann wirst du sie optisch kleiner bekommen, indem du die Rotzepampe, die sich darin befindet, halt klärend rausbeförderst. Dann birgt es optisch so, als wären die Poren verkleinert. Ich weiß. Aber so ist das Leben, ne. Kann man dafür anwenden. Kommt ganz gut wirklich bei Leuten mit unreiner Haut. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich dann so meine Menstruation wieder habe, das zu verwenden. Und da dann halt wirklich so eine, ja, Ausreinigungsgeschichte zu machen. Du kannst es auch vorbeugend verwenden. Aber da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig tatsächlich mit meiner sensiblen Haut, ne. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Hier Video. Falls du Bock hast, schau gerne mal vorbei. Da habe ich ein bisschen was über Peelings erzählt. Dann habe ich hier noch was von Note mit dabei. Natürlich darf hier auch dekorative Kosmetik. Hatten wir zwar schon, aber in Puderform nicht fehlen. Von Note. Terracotta-Blusher. Macadamia-Öl ist hier auch drin enthalten. Das dürfte dann mit 10 Gramm definitiv eine Full-Size sein. Das hier, wenn die Farbe mir gefällt, Vintage Pink 02, wird dann ins Full-Face-Beauty-Boxen für Oktober kommen. Ich weiß nicht, ob ich, oh Gott, ich muss noch so viele Videos drehen, bevor mir ist der Bauch geschlüpft, Leute. Ich sage es euch. Ne, der wird weiter wandern. Das ist nicht meine Farbe. Das sieht wirklich sehr, also zum einen ist es schimmernd, was ich per se ganz schön finde. Aber Vorsicht, Vorsicht, nee, das passt zu mir nicht. Ich bin halt nicht so ein warmes Hautuntertönchen. Ich bin eher kühl oder neutral. Da passt sowas nicht. Und das ist halt auch kein Bronzer oder Bronzer-Topper für mich, weil halt wirklich zu dunkel und zu schimmernd. Das mag ich nicht so gerne. Schade, das wird weiter wandern. Also Vintage Pink, weiß ich nicht. Ich hätte mir den wirklich eher dann in einer rötlicheren Farbe gewünscht, ne. Ach, schade. Also schön, dass es per se drin ist, auch mit Spiegelchen mit dabei. Oh, da krümmelt was, Leute. Sag doch einer mal was. Claudinchen, du hast da Krümmel unterm Auge. Guck dir das mal an, ne. Also ich finde es leider schade. Tja, wird weiter wandern. Hätte ich gerne behalten. Naja, falsche Farbe halt. Ich weiß nicht, ob es andere Farben gegeben hätte. Kommen wir zu dem Glucka-Produkt, was ich eben hier schon hatte. Das ist von Skin Recovery Art. Tree Face, Micella, Cleansing Water. Okay. Mit Yeju, Vulkan-Seewasser, Hyaluronsäure und Vitamin C. Für alle Hauttypen geeignet. 250 Milliliter. Das ist so ein Drei-Phasen-Ding. Das sieht ja fancy aus. Sieht man das? Also ich habe im Prinzip, steht hier vorne drauf, Claudi. Genau. Hier oben habe ich ja so eine milchige Phase, ne. So ein bisschen bläulich auch. Dann habe ich hier so eine Ölphase, würde ich es jetzt nennen. Und das hier unten ist dann die Wasserphase. Das heißt, wenn man das anwendet, auf jeden Fall schütteln. Und das sieht so aus, als wäre das so ein Hochpump-Gedönsen. Ne. Ne, dann müsste hier so ein Vieh drin sein, so ein Schlauch, ne. Ne, dachte ich erst. Ich lasse es aber zu, weil ich halt kein Micellenwasser verwende. Also ich weiß, dass einige von euch das auch gerne verwenden. Ich bin da leider kein Fan von, weil ich bin so ein Drei-Double-Cleansing-Mensch. Also erst ein Reinigungs-Balsam. Damit löse ich dann mein Make-up. Und dann gehe ich unter die Dusche. Und dann wird es abgewaschen. Und dann halt mit einem Schaum oder so nochmal hinterher. Aber, ja schade. Das ist halt auch nicht so ein Produkt für mich. Hm. Okay, und jetzt kommen wir zum vorletzten Produkt. Da habe ich von Pacifica 100% Vegan Collagen Overnight Recovery Cream mit Vitamin C und E. Das ist schön. Das mag ich gerne leiden. 20 Milliliter sind hier drin. Haben wir hier eine Nachtcreme drin enthalten. Und Vitamin C ist ja so aufhellend. Vitamin E ist das Schöne als Vitamin. Und das soll alles wunderschön machen. Das ist schon mal positiv. So was kann ich mir gut vorstellen, dass ich das verwende. Und wir hatten jetzt ja auch so, was Cremes angeht, nicht wirklich Skincare, also das Peeling, ja, aber halt, ja, die Maske, aber halt nichts, was du dann so täglich anwendest, ne. Genau, deswegen finde ich es gut. Und hier habe ich als letztes von Pay It, Paris, My Pay It Regarde Glow Stick Fray Reviving Bright Eyes Tinted Stick 4,5 Gramm. Okay, da muss ich mal schauen, was das sein soll. Bright Eyes, also hört sich nach einem kühlenden Augenstick oder sowas an vielleicht. Schauen wir doch mal, was das sein soll, ne. Huch, schmeißt du erstmal weg. Das ist vollkommen in Ordnung. 4,5 Gramm, habe ich gesagt, ne. Reviving Bright Eyes Tinted Stick Apply in the Morning to the Eye Contour. Tinted, das ist ein Concealer. Guck mal. Das kommt ins Whole Face Beauty Boxen. Aber mutig. Nicht meckern, nein, mutig. Ich weiß nicht, inwiefern sich das denn im Hautton anpassen wird, ne. Das hat ja fast schon die Farbe vor meinem Kleid läuft. Joa, werden wir ausprobieren. Aber ein Concealer in der Beauty Box, Leute, da bin ich immer, dass ich sage, mutig, mutig, mutig. Aber Farbe passt ja offensichtlich ganz gut, ne. Jetzt muss ich nur schauen, ob die auf der Haut auch passt. Ihr Lieben, das war jetzt hier die Jolie Box. Also wir haben deutlich mehr als fünf Produkte. Dafür zahlen wir ja auch mehr als die regulären 12,50 Euro pro Box pro Monat, ne. Aber wir haben hier an und für sich coole Produkte drin. Mich stört es ein bisschen, dass der Blush halt wirklich in so einer verrückten Farbe ist. Das ist leider nicht meine Welt. Ansonsten, das Micellenwasser ist halt nichts, was ich generell verwende. Aber ansonsten wäre ich nicht schwanger und würde ich halt die Produkte auch so verwenden. Also von daher, Parfum finde ich cool, Maske finde ich cool, BHA finde ich cool, Concealer finde ich cool. Also für mich eine schöne gelungene Box. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und jetzt gucke ich mal, was mein Freund mir geschrieben hat nach dem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat hier, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Da auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!